Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Fallout 4 DLC, Far Harbor. Wir befinden uns in einer Simulation, einer Computersimulation, die man unschwer erkennen kann. Das ist ein bisschen Tron-mäßig und es gilt hier ein Rätsel zu lösen. Wir müssen uns nach wie vor durch die Firewall hacken, um an Dimas Gedächtnisbruchstücke zu kommen. Und ja, ich habe mir schon ein bisschen den Kopf zerbrochen darüber. Wir müssen dort unten hin. Wir haben aber keine Blöcke mehr. Das heißt, entweder ich habe mal diesen Umregelungsblöcken, die wir hier benutzen, welche übersehen, was ich nicht glaube, oder wir müssen einfach einen anderen Weg gehen. Wir bräuchten auf jeden Fall noch eins, zwei Umregelungsblöcke bräuchten wir noch, um dort unten anzukommen. Weil wir zweimal die Richtung ändern müssen. Ich gehe jetzt nochmal hier oben gucken, ob hier noch vielleicht zwei Blöcke sind. Okay, warte mal, ich habe glaube ich noch hier Blöcke dabei, genau. Dann brauche ich mir hier nämlich so eine Stufe. Da würde ich das drauf bauen, genau, danke. Schauen wir mal. Ne, hier ist aber auch nichts. Dann kann es das eigentlich nicht sein, was ich da gerade vorhabe. Da müssen wir nochmal komplett überlegen, von Anfang an. Vielleicht müssen wir da noch was umbauen. Wo kommt der Strahl denn genau her? Der Strahl kommt von dort oben. Und wir leiten ihn hier um. Vielleicht ist das schon der Fehler. Ich baue das mal direkt weg hier. Dann geht der, ah ja, genau. Dann geht der nämlich hier runter. Das könnte es schon gewesen sein. Das könnte schon der Kasus Knacktus gewesen sein. Ich glaube ja, ja. Ich glaube ja. Jetzt muss ich nämlich hier unten nur noch umlenken. Moment, da muss ich nochmal einen anderen Weg gehen, sonst sterbe ich. Einen qualvollen Computertod. Ich will hier nicht runterfallen und sterben. Ich sterbe doch bestimmt, ne? Obwohl das auch immer interessant wäre. Was würde passieren, wenn ich hier in dieser Simulation sterbe? So, von hier müsste der Strahl kommen. Okay, jetzt ist nur die Frage, wie bekomme ich den hier reingelenkt? Da muss ich jetzt ein komisches Konstrukt bauen. Das wird jetzt die Hauptschwierigkeit. Äh, Moment mal. Ich mache es auf die einfache Art. Von hier müsste es eigentlich einfacher sein, wenn ich hier länge, so. Ach, da bin ich ja schon richtig. Ist ja gar nicht so schwer. Ja, und dann baue ich nämlich den nach hier. So. Dann kann ich euch wieder abbauen. Ah. Seht ihr? Und jetzt muss ich es nur noch hier an der richtigen Stelle reinschießen. Genau hier in der Mitte. So, den drehen wir nach rechts. Äh, nein. Nicht einlagern. Euch? Ne, den will ich auch nicht einlagern, aber... Den will ich einlagern. So. So, und jetzt läuft der nämlich da oben durch. Ach, und der hat es schon weggeschossen. Ich dachte, ich müsste jetzt da hinten vielleicht noch irgendwas machen. Aber die Firewall ist beseitigt. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder oben rum. Da kann ich ja eigentlich den ganzen Quatsch wieder abbauen hier. Das brauche ich wahrscheinlich alles gar nicht mehr, oder? Wenn die Firewall einmal... ...ausgestellt ist, ist sie aus. Wie komme ich jetzt nochmal hoch? Äh, genau, da. Nehme ich den auch mit hier, den Block. Vielleicht kann ich den noch als... ...ganz normalen Fußweg benutzen. Das ist nicht so ganz flüssig. Das, das gefällt mir nicht. Es ist seit Automatron... ...nicht mehr ganz flüssig. Ich weiß nicht, ob ich Firewall nochmal neu installieren müsste. Habe ich aber eigentlich keine Lust zu. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Bauen wir euch hier so einen kleinen Weg. Und da auch nochmal zwei hin. Und dann kann ich ja hier vielleicht nochmal... ...die benutzen. Oh, das bringt mir eh nicht viel. Und er baut sie auch nicht dran, doch. Jetzt. So. Da habe ich da nur eine Lücke. Jetzt muss ich natürlich aufpassen. Schön die Geschütze hier installieren. Stellen wir hier mal direkt zwei Geschütze hin. Dann hier noch eins. Sicherheitsalarm. Eindringen in Langzeitspeicher. Festgestellt. Hier noch eins. Und dann bauen wir hier oben noch eins hin. Ich hoffe, dass das ausreicht. Die Löschung von eindringendem Indizierer ein. Ah, sehr schön. Meine kleinen vollgefressenen Schaden sind schon unterwegs. Richtung Haupthirn. Klauen den Speicher. Der erste Datenblock. Gut. Mach einfach so weiter. Kommt. Gebt euer Essen ab. Sieht gut aus. Das ist ein Datenblock. Jetzt sieht sehr gut aus. Ich glaube, das war's. Das sind 100%. Bestätigt. Gute Arbeit. Dann hören wir uns die Erinnerung mal an. Du kannst jetzt wie gewohnt über den Datenstrom auf die nächste Erinnerung zugreifen. Speicherdatenidentifizierung. 0Z-7A4K. Konvertierung in Audioformat. Beginne Wiedergabe. Bleib weg von mir. Was zum Teufel bist du? Ich bin's. Wir sind zusammen aus dem Institut geflohen. Ich bin dein Bruder. Ich habe keinen Bruder. Ich bin Nick Valentine. Und niemand in meiner Familie ist ein Freak mit Plastikhaut. Du bist nur verwirrt. Lass mich dir helfen. Bleib mir vom Leiden. Ich will dich nicht verletzen. Ich will dich nicht verletzen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Bruder. Er hat Nick getötet. Den echten Nick. Okay. Dann sollten wir vielleicht Nick wirklich mal mitnehmen. Nach Arcadia. Muss ich nicht hier durch. Muss ich hinten durch. Okay. Das ist natürlich jetzt ein Twist in der Handlung. Was heißt denn Twist? Ich habe ja sowieso vermutet, dass er irgendwie... Ja, er ist nicht so hundertprozentig sauber, der gute Dima. Auch wenn er es... Wie gesagt, er weiß es ja gar nicht mehr, was er alles so gemacht hat. Er hat sich ja befreit von diesen Erinnerungen, um Platz für neue zu schaffen. Und ihr habt mir ja sowieso schon gesagt, ich soll mal mit Nick nach Arcadia gehen. Dort würden sich interessante Gesprächsoptionen ergeben. So. Das nehme ich mal alles mit. Denn hier brauche ich das nicht. Die Insel hier ist groß genug. So, und das ist jetzt glaube ich auch schon das letzte Rätsel. Denn was ihr nicht gesehen habt, ich war zwischen den Episoden immer mal wieder raus aus dem Speicher, in dem man hier die Simulation verlässt. Man kann jederzeit die Simulation verlassen. Okay, hier scheint ich nur eine Firewall deaktivieren zu müssen. Allerdings wird das wahrscheinlich erst funktionieren, nachdem ich mehrere andere Firewalls deaktiviert habe. Von da kommt auf jeden Fall der Strahl. Das heißt, ich werde als erstes nach hier gehen. Der Strahl wird nach da gelenkt. So. Wo muss der Strahl hin? Das ist jetzt erstmal die Frage. So, den Strahl habe ich auf jeden Fall schon mal freigeschaltet. Hier sind jede Menge von diesen Blöcken. Die Frage ist, brauche ich die alle? Sollte ich die alle aufheben, oder ist das scheißegal? Ich nehme sie einfach mal mit. Schaden kann es ja nicht. Nehme ich alles mit. Das kennen wir ja schon von mir. Kann ich schon mal alles mitnehmen. Ich kann mich hier nicht ducken in der Simulation. Wahrscheinlich am Baumodus. So, jetzt habe ich, glaube ich, alle Klötzchen gesammelt. So, jetzt lass mich mal überlegen. Also, Hauptziel ist es, diese Firewall dort anzuschießen. Wir haben eine Linksplattform. Wir haben eine Rechtsplattform. Wir haben hier eine Plattform. Wir haben da hinten eine Plattform. Das sind ziemlich viele Plattformen. Der Strahl kommt auf jeden Fall von oben. Und ich kann ihn hier in alle vier Richtungen lenken. Aber ich werde wahrscheinlich nicht durch diesen Hauptstrahl kommen, oder? Das probiere ich einfach mal aus. Das wäre jetzt so einfach. Nein, das wollte ich eigentlich noch nicht, aber... So, der wird wahrscheinlich jetzt da in den Strahl reinschießen, ne? Doch, er geht sogar durch, aber die Höhe hat er nicht. Die Höhe hat er nicht. Ja, genau. Das heißt, ich brauche Umlenkblöcke. Ich müsste hier einmal hochlenken. Und noch einmal nach rechts lenken. Dann würde es gehen. Das heißt, ich brauche zwei Umlenkblöcke. Das ist mein Ziel. Wir haben auf jeden Fall dort einen Umlenkblock. Und dort einen Umlenkblock. Das heißt, die beiden Firewalls sind mein sekundäres Ziel. Da werde ich wahrscheinlich erst rankommen, wenn ich die Firewall hier ausgestaltet habe. Das heißt, das wird wahrscheinlich mein erstes Ziel sein. Und zwar muss ich dann auf dieser Höhe hier... ...hier hinschießen. Okay. Wieso kann ich den eigentlich nicht lagern? 31 von den Blöcken habe ich inzwischen schon dabei, okay. Dann wollen wir mal. Wir brauchen den auf der Höhe dort. Ich brauche einfach hier einen hin. Wenn das so einfach wäre. Du sollst ihn einfach da drunter bauen. Macht er nicht. Dann muss ich es anders machen. Dann mache ich es so. Danke. Dann nehme ich den. Daneben hätte ich dich gern. Macht er nicht. Wieso macht er das nicht? Ah, Leute. Der Baumodus, ne? Der Baumodus und... Da haben sie sich jetzt hier wieder was einfallen lassen. Den Baumodus zu benutzen für ein Rätsel, was man machen muss. Auch, um im Spiel weiterzukommen. Da haben sie eine glorreiche Idee gehabt hier von Bethesda. Das ist... Wo der Baumodus ja sowieso so gut schon funktioniert immer. Der ist ja total frustfrei. Ah, okay. Das wird auch nicht funktionieren. So, ich versuche... Das da dran zu bauen. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich vorhabe. Nur das Spiel weiß es nicht. So, jetzt. Das ist nur die falsche Richtung. Was? Wo ist es jetzt? Hä? Jetzt hat er den da reingebaut. Habt ihr das gesehen? Ich habe den Block irgendwie in den anderen Block... ...reingebaut. Alter Schwede, ist das verpackt. So, die Richtung will ich haben. Er macht es nicht. Er macht es einfach nicht an diesen Scheißblock dran. Das ist aber auf jeden Fall so gedacht. Das ist schon die richtige Strategie, die ich habe. Das Spiel will sie nur nicht akzeptieren. So. Ja. Danke. So, das müsste hoffentlich die richtige Höhe sein. Genau. Dann brauche ich mir hier einen Weg rüber. Da habe ich ja schon den ersten Block. So, dann muss ich jetzt hier erstmal... ...dort rüber schießen. Eins. Zwei. Und ich baue mir eine Treppe. Dann habe ich ja eigentlich schon genug jetzt gleich, oder? Irgendwie ein Denkfehler. Ah. Ist das anstrengend. Schaut euch das an, wie das Spiel sich weigert... ...das zu tun, was ich will. Ach, ich brauche noch einen Block. Er will es nicht draufbauen. Doch, jetzt. Hat geklappt. Dann lasse ich den erstmal. Oder brauche ich den überhaupt? Meine Wegklötzchen werden langsam knapp. Die muss ich auf jeden Fall wieder mitnehmen, wenn ich euch gleich gehe. So. Jetzt habe ich doch eigentlich schon genug. Hm. Ne, warte. Die nehmen wir schön alle wieder mit. Den Quatsch hier, den brauchen wir auch nicht mehr. Moment mal. Ich könnte ja mal gucken, was da drüben ist. Da brauche ich mir erstmal einen Weg rüber. Die sind auf jeden Fall noch jede Menge Klötzchen, die ich mitnehmen kann. Ist hier sonst nichts? Nur Klötzchen? Brauche ich die etwa? Glaube ich eigentlich fast gar nicht, dass ich so viele davon brauche. Oder ist da irgendwas noch oben drauf? Glaube ich eigentlich fast auch nicht. Geil, das nehme ich wieder mit. Dann haben wir hier auf der Seite, glaube ich, alles erledigt. Ich versuche da mal direkt die Hauptfirewall zu knacken. Wenn ich jetzt eben keinen Denkfehler hatte oder irgendwas übersehen habe, dann müsste das eigentlich schon funktionieren. So, den Weg lasse ich erstmal stehen. Genau, auf Höhe 3, nenne ich es jetzt mal, Klötzchen 3, müsste ich raus. Ach Mist, hier, die Dinger hätte ich eigentlich lassen können. So. Dann muss ich nämlich den hier nur drehen. So. Schieße da raus. Und jetzt rein theoretisch, ich komme ja jetzt nur einen zu hoch raus. Rein theoretisch reicht es ja, wenn ich hier einen Umlenk... Ach, warte mal. Ne, ich kann nur nach unten lenken. Ach, scheiße, ich kann ja gar nicht nach oben und unten. Das war mein Denkfehler. Ah, hm. Okay, da brauche ich dann die richtige Höhe. Hm. Das wird aber auch ein Problem. Guck mal, da gibt es aber noch eine zweite Ebene. Vielleicht gehe ich da doch nochmal gucken. Vielleicht, dass da noch irgendwas versteckt ist. Die Plattform wird ja eigentlich nicht umsonst da sein. Schaut mal, da muss ich bestimmt hin. Das wird ja nicht ohne Grund da sein. Ich schaue da mal nach. Da muss... Da wird wahrscheinlich irgendwas sein. Ansonsten fühle ich mich ein bisschen verarscht. Vielleicht noch so ein Umlenkblock. So, ich... Ne, warte mal. Hier hochbauen ist eigentlich Quatsch. Lagern. Danke. So. Ich nehme mich gern... Hier hoch. Nein. Ich darf hier nicht zu viel Scheiß bauen. So viele Klötzchen habe ich auch nicht. Komm schon. Reicht das schon? Schon. Bau den da dran. Danke. So. Nein. Jetzt darf ich das alles nochmal bauen. Ja, ja. Der Baumodus. Ist ja nicht schön. Macht ja nicht Spaß. Ich stütze hier gleich in den Tod. Ich sehe das schon kommen. Und dann auch alles irgendwie bei gefühlten 15 FPS oder so. Das läuft irgendwie nicht gut. Nicht denn da gerade eben hängen geblieben. Wie sollt ihr denn den Sprung nicht gepackt? Lagern. So. Und ich bin den ganzen Krempel hier... Wenn jetzt hier nur Klötzchen sind, dann bin ich irgendwie ein bisschen enttäuscht. Tatsache. Ich bin nur hier hingelaufen wegen der Klötzchen. Das ist ja... Voll sinnlos. Ein Klötzchen brauche ich eigentlich nicht. Es sei denn, es kommt jetzt gleich noch irgendwie das... Der ganz große Showdown. Der ganz große Klötzchen-Showdown. Oh Gott. Das war knapp. Kann man eigentlich sich den eigenen Ast absägen, auf dem man steht quasi? Sprich, die eigenen Klötzchen wegnehmen? Dann kann ich den Weg eigentlich auch direkt hier mitnehmen. So. Dieser hat es abgearbeitet. Ich muss auf jeden Fall... Ich muss, glaube ich, irgendwie da hin. In das Ding dort. Ich weiß nicht genau, warum, aber ich habe so die Vermutung, dass ich das muss. Dann wird wahrscheinlich da umgelenkt werden, hier hoch. Und dann muss ich wahrscheinlich da umlenken, dass er da reinschießt. Das heißt, ich muss dorthin. Ich muss den Strahl... Hier rüber lenken und dann nach rechts. Gut, da schaue ich mir erst mal an. Was ich hier hinten umbauen muss, alles. Gut, hier sind auf jeden Fall jede Menge Stufen. Jetzt sind wir hier richtig zum Jump'n'Run. Ist hier überhaupt was? Oder muss ich das einfach nur hier irgendwo hinbauen? Dann muss ich auf jeden Fall das Klötzchen hier löschen. Damit der Strahl hier eindringen kann. Und dann muss ich das Klötzchen löschen. Beziehungsweise ich muss... Das haftet ja, glaube ich, im Moment da dran, ne? Genau. Ich muss genau in die Richtung. Ah, toll. Dann kann ich das Klötzchen nicht nehmen. Moment, dann lagere ich das. Mach das weg. Immer die Richtung, die ich will, die geht nicht, ne? So. Ach, ne. Ah, ich bin dumm. Ich bin so dumm. Ich muss natürlich das Klötzchen nach hier bauen. So. Jetzt hafte. So. Der Strahl müsste jetzt da rüber geschossen werden. Genau. Prallt der da drauf? Was nicht so gut ist. Also die Höhe stimmt. Ich muss hier durch dieses Klötzchen. Und dann dort rein. Aber das Klötzchen ist im Weg. Das kann ich nicht entfernen. Das heißt, ich muss da rumbauen. Um das Klötzchen rum. Das ist... Da brauche ich ja viel zu viele für. Da brauche ich viel zu viele für. Haben wir dort hinten vielleicht noch welche? Ne, das ist da, wo ich zuerst war, ne? Ja. Da habe ich ja, wenn ich nichts übersehen habe, schon alles geholt. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Und das Klötzchen bekomme ich erst... Durch das hier. Hm. Oder ich muss zuerst mal hier rüber laufen. Den Weg muss ich sowieso bauen. Weil ich früher oder später rüber gehen muss. Vielleicht ist hier noch ein Umlenker. So, schaue ich mich hier mal um. Oder auch nicht. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Hier oben drauf. Hier ist noch... Ne, das ist nur die Aktivierung. Das ist der Umlenker, an den ich dran will. Oh, shit. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich habe jetzt gerade keinen Bock, mir einen Weg dahin zu bauen. Ich gucke jetzt mal, was passiert, wenn ich mich töte. Okay, was passiert? Nee, ich will die Simulation nicht verlassen. Denn die Sachen werden eigentlich gespeichert, genau. Hm. Also ich vermute einfach mal, dass ich dort keinen Umlenker mehr bekomme. Das wäre auf jeden Fall sehr fies, wenn da einer noch versteckt wäre. Wichtig ist, dass ich die richtige Höhe habe. Ich muss das hier auf der richtigen Höhe verlassen. Wenn ich den hier rechts rausschieße... ...statt nach da. Dann brauche ich hier... ...könnt ihr euch hier einen Umlenker bauen? Und dort noch einen Umlenker. Da würde ich mit zwei auskommen. Da brauche ich auf jeden Fall mehr. Das heißt, ich werde das anders machen. Die Insel hier, die Plattform, die ist ein Fake. Die braucht man gar nicht. Ich brauche hier aber trotzdem den Weg. Denn ich muss davor... ...irgendwo noch einen Umlenker hinbauen. Wenn jetzt hier... ...oder... ...hier auf der Höhe ist sonst kein Ausgang. Das wäre natürlich mies. Doch, ist einer. Dann werde ich den nämlich drehen... ...und nach da rausschießen lassen. Nein, das kann... ...du kannst da bleiben. Dann werde ich den nämlich hier umlenken. Das ist irgendwie nicht so schön, wie ich mir das vorstelle. Dass er das während ich springe dran baut... ...macht er nicht. Da muss auf jeden Fall noch einer hin. Oh, ist das ein Gekrüppel. Ich liebe den Baum und deshalb habe ich das schon mal erzählt. So. Okay, das ist schon die richtige Höhe. Ich hoffe, dass das jetzt auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber müsste eigentlich. So, dann kann ich die Blöcke nämlich wieder mitnehmen. Den Weg lassen wir. Und dann baue ich den Weg dahin. Liebe Leute, wie es hier aber weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Episode. Würde mich sehr freuen, wenn ihr denn auch wieder dabei seid. Hier bei Fallout 4. Ich hoffe, dass wir dann das Rätsel beenden werden. Und dann geht es weiter. Und wir werden hier wahrscheinlich noch dunkle Sachen aufdecken über Dimas Vergangenheit. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.